Namaste. Mein Name ist Ramona von Samana Yoga und ich habe heute eine Yoga Praxis für dich, die deinen unteren Rücken entspannt, deine Hüfte öffnet und die tiefe Hüftmuskulatur dehnt. Bevor wir anfangen, schließ für einen Moment deine Augen und nimm dir ein paar Atemzüge Zeit, ganz bei dir selbst anzukommen. Zieh das Bewusstsein immer mehr von außen ab. Spür nach innen. Nimm den Atem wahr. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Komm jetzt auf deinem Stuhl etwas weiter nach vorne und stell die Füße hüftbreit auf dem Boden unter den Knien auf. Leg die Hände ganz bequem auf die Beine und mit der nächsten Ausatmung, dann lass dich einmal richtig in die Arme sinken. Mach den Rücken ganz rund und einatmend, richte dich ganz langsam Wirbel für Wirbel auf. Ausatmend, lass dich nach hinten sinken in die Arme, mach den Rücken ganz rund. Komm hinter deine Sitzbeinhöcker und einatmend, beginn im Becken dich langsam wieder aufzurichten, Wirbel für Wirbel. Und vor deine Sitzbeinhöcker zu kommen, ausatmend, lass dich in die Arme sinken und einatmend, richte dich langsam wieder auf. Einmal ausatmend, lass dich in die Arme sinken und einatmend, wieder aufrichten. Und dann fass jetzt einmal die Hände auf den Rücken. Greif mit den Händen um deine Ellbogen und zieh die Schulterblätter etwas mehr in den Rücken, sodass du den Brustkorb weitest. Und dann nimm hier drei, vier tiefe Atemzüge. Und dann löst die Arme wieder, die Hände wieder von den Ellbogen locker die Arme. Und jetzt falter einmal die Hände auf den Rücken und streck die Arme, zieh die Schulterblätter in den Rücken. Und mit der nächsten Ausatmung beug dich nach vorne, übernimm die Arme mit nach oben, lass den Nacken ganz locker hängen. Vielleicht die Arme sogar noch etwas mehr heben. Und mit der nächsten Einatmung ordentlich langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Löse die Hände und wieder locker etwas die Arme. Und dann leg jetzt dein rechtes Fußgelenk von oben auf dein linkes Knie. Schau, dass du das rechte Bein sinken lässt und richte dich ganz gerade auf. Und vielleicht spürst du hier schon eine gute Dehnung in der Hüftmuskulatur. Vielleicht hast du das Gefühl, du kannst noch etwas weiter gehen. Dann leg die Unterarme auf deinen Unterschenkel. Bleib hier. Oder wenn du das Gefühl hast, es geht noch etwas mehr, dann kannst du den ganzen Oberkörper sinken lassen. Die Arme sinken lassen. Den Nacken ganz entspannt. Die Nacken ganz entspannt. Löse langsam wieder. Nimm auch den Fuß zurück zum Bodenspür nach. Und dann wechsel die Seite. Leg jetzt das linke Fußgelenk von oben auf dein rechtes Knie. Lass das linke Bein etwas mehr noch zur Seite sinken. Richte dich gerade auf. Vielleicht bleibst du hier. Vielleicht nimmst du wieder die Unterarme auf den Unterschenkel. Und wann immer du das Gefühl hast, es darf noch etwas mehr sein, lässt du den Oberkörper ganz sinken. Finde wieder deine Position und bleib für ein paar tiefe Atemzüge. Und dann geht das so weiter. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf, löse auch das Bein, stell die Füße wieder parallel und schließe noch mal für einen Moment in den Augen, spülle nach. Dann sind wir am Ende unserer heutigen Praxis für den unteren Rücken und die Hüften. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Namaste Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen.